Heute erfährst du, was dir deine Körpertemperatur über deinen Stoffwechsel sagt. Am Ende dieses Videos wirst du wissen, was genau die optimale Körpertemperatur ist, wie du diese testen kannst, was das sagt und wie du natürlich diese auch erhöhen kannst oder verbessern kannst. Ich bin Jonathan, der Health Hacker und ich habe mit fundierten Labortests schon vielen Menschen, Profisportlern, Unternehmern geholfen, ihre gesundheitlichen Herausforderungen zu lösen und zu analysieren, sowie ihre Leistung zu steigern. Kennst du das? Dir ist oft kalt, im Winter hast du vielleicht trockene Haut und deine Haare fangen langsam an. Das alles kann mit dem Stoffwechsel oder einer Schilddrüsenunterfunktion ohne einer erniedrigten Körpertemperatur zusammenhängen. Denn wenn deine Körpertemperatur unter 37 Grad ist, hat dein Körper ein Problem. Du kennst es vielleicht, du kriegst Fieber, deine Körpertemperatur erhöht sich ein bisschen und der Körper kann dann schneller arbeiten. Mit jedem Grad mehr hast du die doppelte Leistung vom Immunsystem. Das heißt, mit 38 Grad statt 37 Grad hast du die doppelte Leistung vom Immunsystem. Alleine, weil die Teilchen sich in höherer Temperatur schneller bewegen können und natürlich der Körper dann andere Prozesse aktivieren kann. Keine Frage, irgendwann ist es zu viel Temperatur, aber an sich ist es je höher, desto besser, weil der Körper schneller arbeiten kann und schneller aufräumen kann. In die andere Richtung natürlich ist es dann die halbe Leistung, wenn du mit 36 Grad statt 37 Grad durch die Gegend läufst. Das heißt, dein Immunsystem funktioniert nur halb so gut und viele andere Prozesse auf dem Körper laufen einfach viel langsamer ab. Abgesehen davon, dass du subjektiv vielleicht mal kalt ist, dir irgendwie unwohl ist, du nicht so viel Energie hast, vielleicht ein bisschen Haarausfall hast, die Haare dünn sind oder die Haut trocken ist, ist das einfach langfristig eine Abwärtsspirale, je tiefer die Körpertemperatur ist, desto schlechter funktionierend auch die Leber, desto langsamer ist die Verdauung und desto mehr Schadstoffe akkumulierst du im Körper, desto weniger nimmst du auch auf, wenn die Verdauung irgendwie nicht mehr gut funktioniert und die Gesundheit wird immer schlechter und schlechter. Die Körpertemperatur ist der Spiegel deines Stoffwechsels. Die optimale Körpertemperatur sollte wie gesagt bei 37 Grad sein, erhöht die Leistung vom Immunsystem, wenn du Fieber hast zum Beispiel, und erniedrigt ist eine geringere Leistung vom Immunsystem und generell ein langsamerer Stoffwechsel. Aber warum ist das jetzt, wie gesagt, ein Problem und was genau ist dafür verantwortlich, dass die Körpertemperatur zu hoch, zu niedrig oder optimal ist? Die Körpertemperatur ist wie gesagt der Spiegel deines Stoffwechsels und so ähnlich wie im Kraftwerk, je mehr Kohle du da reinschiebst, desto mehr Abwärme entsteht, ist das genauso im Kraftwerk deiner Zelle, dem Mitochondrin. Je mehr Zucker dort verbrannt wird, nicht Kohle in dem Fall, aber halt das, was du isst, desto mehr Abwärme entsteht natürlich. Und deswegen kann dann die Körpertemperatur des Körpers, die Körpertemperatur, der Spiegel davon sein, wie gut dein Stoffwechsel funktioniert. Und der Stoffwechsel ist jetzt nicht unbedingt, ob du abnimmst oder zunimmst, sondern der Stoffwechsel ist einfach die Oxidationsrate, wie schnell du quasi Zucker zur Energie machen kannst oder Nahrung zur Energie. Über die Körpertemperatur habe ich auch ein ganzes Buch geschrieben, das kannst du dir als E-Book herunterladen. Wenn du mir auf Instagram schreibst oder unter meinem Post Körpertemperatur mit E-Book kommentierst, dann schicke ich dir das E-Book einfach zu. Und wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, kannst du mir natürlich auch immer gerne auf Instagram, Jonathan, unter sich, heysecker, deine Fragen stellen. Hier hast du also einen konkreten Tipp, wie du viel besser als beim Arzt deinen Stoffwechsel testen kannst. Du kannst, wie in der Folge schon beschrieben, einfach deine Körpertemperatur messen. Das heißt, du kannst ganz konkret einfach einen Fieberthermometer nehmen, am besten unter der Zunge deine Körpertemperatur messen, immer zum gleichen Zeitpunkt am Tag, damit es vergleichbar ist. Dann beobachten, wie verändert sich deine Körpertemperatur. Ist die wirklich 37 Grad oder ist sie da drunter und wenn die halt bei 36 Grad ist, teilweise manchmal sogar 35, solltest du dir Sorgen machen und dann könntest du vielleicht anfangen, Blutwerte nehmen zu lassen und dann bitte ausführlicher. Denn wenn man nur TSH-Teste zum Beispiel, sieht man nicht, ob die Schilddrüse gut funktioniert, ob der Stoffwechsel gut funktioniert. Du musst ein ganzheitliches Labor-Kit nehmen, einen ausführlichen Test machen. Am besten auch nicht nur die Immone messen, sondern alle Faktoren, Mineralien, Schwermetalle. Und dann kannst du wirklich sehen, okay, die Schilddrüse, der Stoffwechsel funktioniert nicht. Der Körpertemperaturwert ist natürlich nur ein Indikator, damit kannst du dann am Ende keine Diagnose stellen, aber du kannst jetzt selber in deiner Verantwortung testen, wie der Stoffwechsel funktioniert und damit auch sehr schnell beobachten, wenn sich irgendwas ändert, ob es dir gut tut oder schlecht tut. Und gerade im Zyklus der Frau zum Beispiel sollte das bekannt sein und dort verändert sich die Körpertemperatur ja auch immer. Und die sollte gerade da halt in bestimmten Zyklen erkennbar sein. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Hormone im Gleichgewicht sind. Wenn das immer irgendwie hoch, runter, links, rechts ist von der Körpertemperatur, dann ist das auch ein gutes Zeichen und irgendwas mit den Hormonen ist meistens durcheinander. Dann braucht es, wie gesagt, ausführliche Tests, die du natürlich bei deinem Arzt machen kannst oder du kannst dich auch gerne bei mir melden und wir können zusammen im Labor diese Sachen alle analysieren. Jetzt weißt du, wie du deinen Stoffwechsel messen kannst, was deine Körpertemperatur aussagst und du fragst dich jetzt bestimmt, wie kann ich diese Körpertemperatur denn beeinflussen? Dazu ein schönes Beispiel und eine Frage. Bist du ein Eichhörnchen oder ein Mensch? Wenn du nicht wie ein Eichhörnchen Winterschlaf machen möchtest, solltest du nicht so viele Nüsse wie ein Eichhörnchen essen. Denn das Eichhörnchen fährt ihre Körpertemperatur ja dann runter und wir sind ein Mensch, der immer eine konstante Körpertemperatur von 37 Grad haben möchte. Dazu wurde eine ganz interessante Studie gemacht, wo untersucht wurde, wenn die Eichhörnchen unterschiedliche Fettsäuren zum Essen bekommen, was passiert mit ihrem Winterschlaf und wie verhalten sich diese. Die Studie ist natürlich unten verlinkt. Und eine kurze Ausführung zur Studie, die Eichhörnchen haben einmal Nüsse bekommen, einmal gesättigte Fettsäuren, also einmal umgesättigte Fettsäuren und einmal gesättigte Fettsäuren. Wie in meinem Video über den größten Fehler, der deine Gesundheit zerstört, wo es vor allen Dingen um Fettsäuren geht, beschrieben, ist die gesättigte Fettsäure stabil, auch bei höheren Temperaturen und die ungesättigte Fettsäure ist instabil und geht halt schneller kaputt. Deswegen kann eine gesättigte Fettsäure bei höheren Temperaturen heile bleiben, aber wird er auch fest und hart, wenn es kälter wird. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Fisch hätten, der würde mit gesättigtem Fett sich nicht mehr im kalten Wasser bewegen können und quasi steif werden. Deswegen besteht ein Fisch übrigens hauptsächlich aus Omega 3, weil das die zum niedrigsten Temperaturpunkt flüssig bleibende Fettsäure ist. Auch für das Eichhörnchen wäre es unmöglich, die Körpertemperatur sehr stark zu erniedrigen, wenn das nur gesättigtes Fett essen würde. Deswegen essen sie ganz viele Nüsse mit ungesättigtem Fett und dann wurde in dieser Studie halt beobachtet, dass alle Eichhörnchen, die ungesättigtes Fett essen, also Nüsse essen, normalen Winterschlaf machen, normal ihr Leben leben und ihre Zyklen haben und alle, die explizit nur gesättigtes Fett bekommen haben, nicht in Winterschlaf gekommen sind. Das heißt, es war für die gar nicht möglich, die Körpertemperatur zu erniedrigen und in den Winterschlaf zu gehen, weil mit diesen Fetten der Körper halt einfach nicht die Körpertemperatur runter regulieren kann. Und das zeigt ganz gut, wie wichtig der Einfluss von den Fetten auf unsere Körpertemperatur ist. In der Praxis für dich heißt das, wie gesagt, es sei kein Eichhörnchen, es ist nicht so viel Nüsse und ungesättigtes Fett, sondern eher gesättigtes Fett, sowas wie Butter, Käse und ähnliche Produkte, die halt auch von Säugetieren kommen, die auch immer eine gute Körpertemperatur haben, die dann logischerweise deswegen unter anderem auch hauptsächlich gesättigtes Fett im Körper haben und dann du diese Lebensmittel isst, damit auch deine Körpertemperatur natürlich beeinflussen kannst. Glaub mir am besten nichts, teste das selber nach. Du kannst mal einen radikalen Fettaustausch machen und einfach beobachten, wie es damit geht, wird es besser, was macht deine Körpertemperatur, du kannst in deiner eigenen Verantwortung mit dem Fieberthermometer das messen und dann weißt du genau, wie dir was gut tut und ob dein Stoffwechsel gut funktioniert und ob sich dein Stoffwechsel vielleicht alleine durch diesen einen Tipp schon exorbitant verbessert. Wenn du dann feststellst, dass du eine Körpertemperatur, weil es unter 37 Grad hast und es nicht reicht, einfach nur ein bisschen die Fette in der Ernährung zu ändern, kannst dich gerne bei mir melden, nochmal genauer zu analysieren mit Laborwerten, was die Ursache davon ist, wie die Schilddrüse funktioniert und ursächlich den Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Da klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich von dir zu hören und empfehle dir, das nächste Video über Laborwerte natürlich anzugucken im Vorhinein, damit du genau Bescheid weißt, welche Laborwerte sinnvoll sind und was dich erwartet. Das Video über die Schilddrüse